Hallo, heute zeige ich euch das Video von Palis und meinem letzten Turnier in Lea. Und zwar sind wir da zwei Prüfungen geritten. Einmal eine A2-Sterne-Dressur und einmal eine Dressurreiter A. Die A2-Sterne war eine Vollkatastrophe. Da konnte Pali aber überhaupt gar nichts dafür. Und ich finde, ich konnte auch noch nie mal was dafür. Da gab es ein totales Heckmeck mit den Zeiten und wir wussten nicht, wann wir dran sind. Und im Endeffekt hatte ich irgendwie sieben Minuten zum Abreiten oder so und bin davon fünf Schritt gegangen. Aber das war natürlich nichts. Dementsprechend war Pali total unentspannt und die Prüfung war einfach nichts. Die lassen wir jetzt einfach mal weg. Da tun wir so, als wäre das nie passiert. Die Dressurreiter A war richtig gut mit einem Haken. Wir wären sogar platziert gewesen. Aber wer war schuld, dass das nicht geklappt hat? Ich. Ganz alleine. Bloß ich. Weil ich nämlich ein riesen Otto bin. Und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Es geht direkt los. Wir haben auf der rechten Hand eine Abteilung gebildet. Ich finde, der Pali läuft da noch ganz gut. Also klar hat er keine Warmbutgänge, aber ich finde, das gefällt mir so eigentlich gut. Jetzt kommt er mir gleich ein bisschen hinter die Senkrechte. Das ist ja so ein bisschen unser Problem. Da müssen wir drauf aufpassen. Steht gut. Grüßen. Ja. Und jetzt vom Fleck weg antraben. Das hat er auch ganz gut gemacht. Jetzt müssen wir, glaube ich, rechte Hand. Ja. Auch hier ist er mir minimal hinter der senkrechten. Jetzt müssen wir einmal rechts um. Genau. Und wollte links rum. Das macht er gut. Der Schweif hängt auch ganz locker runter und pendelt. Da haben mir meine Mädels gesagt, die soll lächeln. Habe ich auch gemacht. Ganz brav. Jetzt gehen wir Schritt. Das ist das Allerschwierigste für ihn. Und er macht es richtig gut. Wie ihr seht, kann ich sogar minimal treiben. Ich muss da die Zügel ein bisschen mehr dran haben, weil er sonst sofort anzackelt. Ich weiß, das gibt immer Ärger, weil er dabei natürlich auch so ein bisschen hinter die Senkrechte kommt. Aber so hat er das schon richtig gut gemacht. Ich war wahnsinnig stolz und so erleichtert, dass wir das geschafft haben. Jetzt müssen wir galoppieren. Das macht er eigentlich immer sehr schön. Jetzt müssen wir auf den Mittelzickel reiten. Und gleich einmal überstreichen. Da haben wir normalerweise auch keine Probleme. Das macht er immer sehr gut mit. Ja. Sehr gut gemacht. Jetzt kommt er wieder ein bisschen hinter die Senkrechte. Wie ihr seht, das zieht sich so ein bisschen durch. Da arbeiten wir dran versprochen. Und jetzt müssen wir durchparieren. Und jetzt müssen wir einmal Drittel verlängern. Das hat er richtig schön gemacht. Da haben wir nachher auch noch ein Lob für bekommen. Jetzt wieder im Arbeitstempo. Da habe ich es nicht ganz bis zu Ende durchgehalten. Einmal nochmal galopp. Jetzt müssen wir auf den Mittelzickel reiten. Und ich sage euch, jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf. Wir müssen hier einmal zulegen. Wir müssen hier einmal zulegen. Das macht er sehr schön. Und Achtung. Jetzt seht ihr, dass ich lächle wie ein Riesen-Otto. Ich bin wahnsinnig froh, dass Pali so toll ist. Und ich bin das stolzeste Mädchen der Welt. Und was mache ich? Reite geradeaus. Obwohl ich eigentlich noch eine Runde auf dem Zügel hätte reiten sollen. Das ist so dumm. Ich kann es wirklich... Ich kann... Ich komme gar nicht... Ich komme gar nicht zurecht. Bei der unfassbaren Dämlichkeit. Ja. Also, er ist wunderschön. Er hat wunderschön zugelegt. Und ich lächle die Mädels an, weil ich mich freue, wie toll er ist. Und weil sie immer sagen, ich vergesse zu lächeln. Und mache ich und reite geradeaus. Wie ihr jetzt seht. Meine Partnerin wusste, dass das falsch ist. Und war schon auf dem Zirkel. Also, ich habe nochmal einmal schnell zugelegt. Und habe mich wieder davor gesetzt. Mein Gott. Ich... Jedes Mal ärgere ich mich, wenn ich mir das angucke. Jetzt müssen wir leicht traben. Zügel aus der Hand kauen lassen. Ist auch schwierig. Gerade in so einer Turniersituation kann er sich da noch nicht so richtig entspannen. Aber dafür macht er das schon richtig gut. Für seine Verhältnisse. Also, hervorragend. Jetzt müssen wir wieder aussitzen. Und einmal durch die ganze Bahn wechseln. Auch da kommt er mir wieder hinter die Senkrechte, weil er ganz gern zugelegt hätte. Und ich habe versucht, das ein bisschen abzufangen. Und jetzt abwenden und aufmarschieren. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Auch hier steht er ganz gut. Und wartet auch ganz brav. Grüßen und geschafft. Die Richter waren super nett. Die haben auch bemerkt, dass er ab und zu ein bisschen zu eng kam. Aber haben das jetzt nicht so groß gewertet. Denen ist natürlich aufgefallen, dass ich mich verritten habe. Sie haben außerdem gesagt, dass ich das, die dritte Verlänger, nicht ganz bis zum Ende durchgehalten habe. Dass ich das darauf achten soll. Das habe ich ja gerade auch schon mal bemerkt. Und was haben sie noch gesagt? Vom Schritt her waren sie total zufrieden. Und sie haben sogar gesagt, dass sie sich nicht ganz sicher sind. Und darüber noch diskutiert haben, was der Pali wohl für eine Abstammung hat. Da habe ich mich ja schon ein bisschen gefreut. Ohne dass ich jetzt finde, dass nur Warmblücher toll sind. Im Gegenteil, ich liebe meinen Spanier. Und ich würde mir wahrscheinlich auch wieder ein spanisches Fett kaufen. Sollte es den Pali irgendwann mal nicht mehr geben. Aber sowas von Turnierrichtern zu hören, gerade bei dem, was Pali und ich da schon erlebt haben, wie ihr ja bestimmt alle wisst, war einfach total schön. Und ich habe mich sehr gefreut. Und mich natürlich umso mehr geärgert, was ich für ein Riesendämmel war. Dass ich da gerade ausgeritten bin, statt auf dem Zirkel zu bleiben. Ich wusste einfach, dass man ganze Bahnen gehen muss. Und ich dachte, dass das schon nach oben ist. Und nicht erst nach unten. Naja, Schwamm drüber. Das war die Prüfung. Ich hoffe, ich konnte dazu ganz gut was sagen. Vielleicht stimmt ihr mit mir überein. Wenn nicht, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch was zu hören. Wenn euch übrigens ein detaillierterer Turnierbericht interessiert, schaut einfach mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da habe ich einen ziemlich ausführlichen Turnierbericht geschrieben zu diesem Turnier. Also zu dem Turnier in Leer. Und aber auch zu dem Turnier, was wir davor geritten sind. Das war in Gandakesee. Dazu gibt es auch mehrere Teile. Ich verlinke euch meinen Instagram-Account einfach unten einmal in der Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.